Lecker Frühstück. Neu Schnee auf den Bergen. Jetzt geht es zum Slack-Linen. Mal sehen, ob wir einen schönen Baum finden. Hier am Hang leider nichts zu finden. Da hinten am Schwimmbad, ne? Am Schwimmbad. Kommt ihr wieder hoch? Super! Wow, die ganze, cool, die ganze Wüste gelaufen, die ganze Länge. Das war ein 20 Minuten Training, das erste Mal heute.